Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lea Sophia mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Jetzt gehe ich hier rein. Letztes Mal hat hier noch, letzte Folge hat hier oben einer gepoltert. Keine Lichtschalter. Eine Truhe und ein Stuhl, der mich nicht vorbeilässt. Ich muss hier lang gehen. Hier ist was. Die Ruhe. Na toll. Er hat aber auch nur so eine unheimliche Stimme als Vater. Ganz ehrlich. Hier ist nix. Hier auch nicht. Scheißwetter. Also hier im Spiel. Draußen geht's im Moment eigentlich. Aber ja klar. Und tschüss. Hier heult schon wieder wer. Wow. Ich will da nicht lang. Ich geh hier lang. Oh, hier macht man mir sogar eine Tür auf. Tschüss. Ich mach die freiwillig zu. Oh, die geht sogar auf. Jetzt nicht mehr. Hihihi. Was ist das denn wieder? Das Affenkind? Das sieht nach einem Arbeitszimmer aus. Was haben wir hier? Hier haben wir erstmal einen Schrank. Da kann ich drin rumwühlen und gucken. Du machst aber leer. Sehr präsentes Geräusch. Ist aber nix sehenswertes drin. Außer die vielen Streichhölzer. Jedes Mal. Telefon. Hier ist irgendwo ein Telefon. Hinter der Wand. Gucken wir uns erstmal den Tisch genauer an. Wir lassen uns gar nicht beirren. Ich mach das wieder zu. Da war eine Ratte drin. Hier ist was. Was ist das? Babyface. Das ist ein Monster-Peting. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung. Geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss. Wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderinnen des durchschnittlichen und Sonntagskenners des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons. Bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner Abscheulichen. Das kam wohl bei den Kritikern nicht gut an. Die haben das nicht verstanden. Das Werk des Künstlers. Ja, doch. Oh ja. Ich dachte... Was ist das hier? Das kann ich nicht nehmen. Ach, das sind da... Ist das nun mit festgemacht. Alles klar. Gehen wir hier alles ab. Da steht was drauf. 363. Wo gebe ich das jetzt ein? Hier ist was. Ich dachte, ich muss jetzt... Hier ist das Telefon versteckt. Ich muss tatsächlich... Drei... Kennt das noch wer? Sechs. War das so? Sonst klingelt das woanders. Steht hier noch so ein Buch wieder aus... Auffällig raus? Hier ist was. Guck mal hier. Das muss ja hier irgendwo... Vielleicht der Lampenschirm. Eine Lampe drehen. Nein. Ich komme hier nicht ran. Hier fehlt mein grumpeliges Buch. Ist hier hinter irgendwo ein Knopf? Wo hier was rausge... Nee. Wir müssen hier weitermachen. Logischerweise. Ich kann hier nichts tun. Wollen wir das alles wieder zumachen? Nee. Geht nicht zu. Hä? Jetzt gehe ich jedes Regal genauestens ab. Hier ist... Das ist das einzige auffällige Buch, weil es liegt. Die sind hier rausgeflogen. Das Gewitter hört sich richtig gut an. Vom Audio her. Vom... Klang. Steht immer noch 363. Ach du Kacke! Was zum Teufel? Ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Du hast es versprochen. Eine andere Nummer habe ich ja nicht. Hilfe! Ich habe doch eben extra nochmal geschaut. Da war nichts. Ich mag da jetzt nicht mich runterstürzen. Ach du Schande. Geht's auch nur runter. Das hörte sich irgendwie anders an jetzt. Aber nichts tut sich. Ich sehe auch keine andere Nummer irgendwo. 3-5-3 vielleicht oder 8-5-3. 3-5-3 oder 8-5-3. 3. Na gut. Dann probieren wir mal 8. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 14. 10. Jetzt hat Schluss aus telefoniert hier. Das Telefon ist jedenfalls nicht mehr benutzbar. Ich komm nicht raus. Jetzt aber. Huch. Er hier wieder. 3, 5, 4. 3, 5, 4. Aha. 3. 4. Habe ich mich verguckt? Nein, ich habe mich nicht verguckt. Und nun? Mama. Ah. Au. Es klingelt. Geh mal einer ran. Steh auf. Jetzt guck ich erstmal hoch. Decke. Alles wieder heil. Oh, was hat er getan? Es gibt keine neue Nummer. Ich brauchte etwas, um die... Wie soll ich es sagen? Final touches. Ein Finger. Ich brauchte ein Finger. Es klingelt. Es ist leichter, als ein Leger zu sehen. Es verholt. Es klingelt. Es in einem Oven. Es schlug. Es verbringelt. Ich werde es ausführen. Ich kann es ausführen? Der Typ ist krank. Hat er sich einen Finger abgehackt? Oder hat er wem den Finger abgehackt? Ach, du Scheiße. Krieg da rein und versteck dich. Ist das, was seinen Verstand zusammenkleistet, der Sof oder was? Na gut. Wartet mal. Wir stellen uns mal ordentlich hin. So. Und Feuer. Das wird ein Porträt seiner Frau, würde ich sagen. Da ist der Finger. Da fehlt uns jetzt ja nur noch ein Teil. Nun möchte ich gern wissen, wie es weitergeht. Mal schauen, ob ich es noch schaffe. Ach, den Text. Den Text. Den Text. Hab dich gehasst, selbst jetzt. Du musst es spüren. Verloren, alleine, hoffnungslos. Endlich verstanden. Du bist immer den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Es steht doch jedes Mal was anderes da. Versuch. Trial and error. Na gut. Dann machen wir mal Trial and error. Es wird immer maroder hier, das Haus. Ist er schon lange tot? Oder? Und ich gehe hier nicht rein. Ich schaue erstmal, die Tür geht nicht. Ob diese Tür aufgeht. Natürlich geht diese Tür auf. Und ich befürchte, wenn ich jetzt hier lang gehe. Es gibt ja keine Speicherfunktion. Ich gehe in die Küche. Ich habe ein bisschen Hunger. Wieder so ein Weg, wo man sich entscheiden kann. Oder wo mir jetzt was entgeht. Aber nein, ich... Habt ihr das auch gesehen? Das war eben so hell. Oh, die Tür. Ich tue es jetzt einfach. Ich traue mich mal. Bleibt offen. Ah, hier ist ein Hebel. Oh, jetzt brummt es hier wieder ganz tief. Ist hier... Hier ist wieder was. Hast du es vergessen? Hier ist eine Nummer. Hast du es vergessen? Äh, jetzt. Neunter, Sechster war das, ne? Ich weiß nicht, ob man das so macht. Ich habe es nicht vergessen. Oder Sechsten... Sechs... Halt. Neun. Es war ja um 14 Uhr. Am sechsten... Neunten, sechsten... Um 14 Uhr. Wie meinen die das jetzt? Und wenn ich jetzt den Monat hier vorschreibe? Auch nicht. 06, 09. Neun. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das hat garantiert was mit diesem Datum zu tun. Neun. Sechs, sage ich doch. Ich habe es nicht vergessen. Kommst du da... Oh, die war wirklich hübsch. Das ist jetzt ein Foto von seiner Frau. Das hätten wir nie gefunden, wenn ich nicht hier lang gegangen wäre. Und ich habe es nicht vergessen. Ich habe es mir gemerkt. So ein unvorbildlicher Ehemann ist er doch gar nicht. Doch, er hat irgendwas Schlimmes getan. Nicht nur der Suff. Da ist noch... Ich glaube, er war auch gewalttätig. Die Äpfel gehen uns aus. Die Äpfel. Hier ist wieder so eine... Sieht aus wie ein Gehirn. Die Äpfel gehen uns aus. Jawohl. So sehe ich das auch. Wir haben kaum noch Äpfel. Ist hier was Schönes drin? Nein. Ist auch viel zu dunkel. Ein Eimer. Äh, äh. Äpfel. Ja, die Äpfel gehen uns aus. Schlimm. Wir haben ein Problem. Die sind apfellos. Ich komme hier gar nicht hin. Hier kann ich gar nichts machen. Hier kann ich bloß reinschauen. Ich werde wahrscheinlich zu dieser Tür müssen. Jetzt tust du es vergessen. Ich bin stolz auf mir, dass ich da nicht... dass ich dran gedacht habe. Tschüss, Äpfel. Es war einmal ein Mann voller Passion. Doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ihr Gesicht war eine Qual. Sie wurde ihm egal. Sie hasst den Mann mit Passion. Also ich finde es klasse. Absolute klasse. Ja, wir werden in der nächsten Folge weiterfinden. Ich habe eben mal ganz vorsichtig auf die Uhr geschaut. Danke fürs Zuschauen und Tschüss.